Osteoporose ist ein Abbau der Knochendichte. Das tritt vor allem im Alter bei Frauen auf. Das fängt an in der Menopause durch den Östrogenmangel bedingt und führt dann dazu, dass die Patienten im Verlauf Schmerzen bekommen, vor allem an der Wirbelsäule, wo es zu Höhenminderungen der Wirbelkörper kommen kann und es kann auch zu Spontanfrakturen kommen. Das heißt, die Patienten können einen Knochenbruch erleiden, ohne dass sie gestürzt sind.